Hallo zusammen und willkommen. Viele Menschen unterschätzen den Einfluss, den unsere Ernährungsweise auf unser Wohlbefinden hat. Daher ist es ratsam, den allabendlichen ungesunden Snack einmal durch eine gesunde Alternative zu ersetzen, mit der wir unserem Organismus etwas Gutes tun. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, vor dem Schlafengehen ein paar Kürbiskerne zu essen? Die gesunde Knappereien liefern unserem Körper viele wichtige Nährstoffe, welche mit einem direkten positiven Effekt auf unsere Gesundheit einhergehen. Welche Vorzüge der Verzehr von Kürbiskerne genau hat, erfährst du in unserem heutigen Video. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klicke auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Wer selbst schon einmal unter Schlafstörungen litt, weiß, welche unangenehmen Konsequenzen die unruhigen Nächte auf unserem Energiehaushalt haben können. Wir fühlen uns müde, abgeschlappt und kraftlos. Eine erholsame Nachtruhe ist deshalb unerlässlich, um mit frischer Kraft in den Tag zu starten. Kürbiskerne könnt ihr dabei helfen, besser ein- und durchzuschlafen. Der Grund dafür ist der Inhaltsstoff Tryptopan, welcher reichlich in Kürbiskernen enthalten ist. Bei Tryptopan handelt es sich im Detail um eine Aminosäure, welche in unserem Organismus in das Schlafhormon Melatonin umgewandelt wird. Hinsichtlich der Schlafqualität spielt Melatonin in unserem Körper eine wesentliche Rolle. Das Hormon entscheidet nicht zuletzt darüber, ob wir uns einer tiefen, erholsamen Nachtruhe erfreuen können oder uns unruhig hin- und herwälzen. Am ratsamsten ist es, wenn du die Kürbiskerne einige Stunden isst, bevor du zu Bett gehst. Damit die wertvollen Inhaltsstoffe der Kerne von unserem Organismus aufgenommen werden können, empfiehlt es sich, den leckeren Snack mit einem Stückchen Obst zu kombinieren. Die in Früchten enthaltenen Kohlenhydrate helfen unserem Körper, das in den Kürbiskernen enthaltene Tryptopan besser zu verarbeiten. Die Fachwelt ist sich schon lange darüber einig, dass ein intakter Zinkhaushalt unser Immunsystem stärkt und uns dabei hilft, die kalte Jahreszeit erkältungsfrei zu überstehen. Kürbiskerne stellen hier eine hervorragende natürliche Quelle für Zink dar. Und das liegt daran, da der wichtige Inhaltsstoff reichlich in den Kern der Kürbispflanze vorkommt. Der Mineralstoff stärkt dabei nicht nur unser körpereigenes Abwehrsystem, sondern spielt auch eine essentielle Rolle bei der Zellteilung. Ebenso hat der Mineralstoff eine positive Wirkung auf die Qualität unseres Schlafes, der Gesundheit unserer Haut sowie der Insulinregulierung. Um Herzerkrankungen effektiv vorzubeugen, ist es wichtig, dem Körper ausreichend Magnesium zuzuführen. Auch hier stellen Kürbiskerne eine wunderbare natürliche Option dar. Demnach reicht bereits eine Handvoll Kürbiskerne am Tag, um die von Experten empfohlene Tagesmenge des lebenswichtigen Minerals aufzunehmen. Innerhalb unseres Körpers kommt Magnesium bei vielen unterschiedlichen Vorgängen zum Einsatz. So wird der Stoff unter anderem für die Knochenbildung benötigt und übernimmt eine wichtige Rolle bei der DNA-Synthese. Darüber hinaus steht ein intakter Magnesiumhaushalt in direkter Verbindung zu unserer Herzgesundheit. Das Mineral fördert unseren Blutdruck, wodurch das Risiko von Schlaganfällen und Herzinfarkten signifikant minimiert wird. Darüber hinaus lassen sich in den Kernen von Kürbissen auch wichtige pflanzliche Omega-3-Fette finden. In Kombination mit anderen Samen oder Nüssen werden Kürbiskerne daher zum optimalen Lieferanten des zu wertvollen Inhaltsstoffes. Ein gesunder Omega-3-Fethaushalt senkt das Risiko für Herzlein signifikant, zudem gelten die gesunden Fettsäuren als waschechter Immunbooster. Während der Genuss von Kürbiskernen allen Menschen zugutekommt, profitieren vor allem Männer ganz besonders von dem regelmäßigen Verzehr des Lebensmittels. Die gesunden Inhaltsstoffe der Kerne stärken nämlich die Gesundheit der Prostata. In der Riege der Alternativmedizin wurden schon viele Prostata-Erkrankungen erfolgreich mit Kürbiskernpräparaten behandelt. Du hast oft mit entzündeten Stellen auf deinem Körper zu kämpfen? Dann solltest du regelmäßig Kürbiskernöl zu dir nehmen. Eine wissenschaftliche Untersuchung belegte, dass das aus dem Kürbiskern gewonnene Extrakt entzündungshemmende Eigenschaften hat. Tatsächlich fanden die Experten heraus, dass Kürbiskernöl praktisch die gleichen Effekte wie jene Medikamente besitzt, die zur Behandlung von Arthritis eingesetzt werden. Im Gegensatz aber zu den verschreibungspflichtigen Tabletten kommt die pflanzliche Alternative ohne lästige Nebenwirkung daher. Der Verzehr von Kürbiskern birgt besonders für Personen, die an Diabetes leiden, mannigfaltige Vorteile. Einige wissenschaftliche Studien beweisen, dass die Inhaltsstoffe von Kürbiskern dem Organismus helfen, die körpereigene Insulinregulierung drastisch zu verbessern. Wir empfehlen dir daher regelmäßig ein paar Kürbiskerne zu essen. Deine Gesundheit wird es dir auf jeden Fall danken. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank.